Ich möchte bitte fragen, diese sprachlos reagieren. Wenn du sprachlos reagierst, wie reagierst du dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich sage nichts mehr. Keine Stellung beziehen. Gehst du dann weg, verlässt du dann die Situation oder harrst du aus? Was machst du? Situation ausharren. Ja, das war mit den Sätzen. Heute hatten wir das auch. Ich muss alles vertragen, austragen und so.